guten morgen grüßt euch zum nächsten türchen ja ich habe mir gedacht ich glaube wir haben immer ein golfspiel gespielt egal ob es jetzt so ein minimalistisches spiel war oder 3d und ich wusste ich weiß nicht haben wir mini golf club schon mal gespielt ich die sehen ja natürlich auch irgendwann alle gleich aus muss man ja dazu sagen ist halt ist halt golf was soll man da groß noch machen bloß man versucht ja um das beste golfspiel zu finden und ich habe immer noch lust bei steam gibt's golfspiel und ich glaube ich habe mir sogar eins gekauft mal vor zwei jahren oder sowas dass man mit freunden spielt ja ich habe keine freunde und daher ist das ein bisschen blöd aber die ist irgendwann will ich das auch noch mal da gab es ja dann auch diese sechs level oder sowas also sechs kurse die man mit freunden spielt ich habe vergessen den namen aber dass ich eigentlich mag ich das dieses mini golfen dieses gegeneinander dieses sich aufregen und sowas ist auch gut region uns nach osten wir spielen mini golf club in der region uns nach osten ich glaube diese spiel ist von afd weil die wollen ja auch alle uns nach osten schicken und deshalb sage ich mal obwohl ich komme vielleicht darf vielleicht bleiben solange sie meinen dna sachen nicht sehen ist das alles in ordnung außerdem bin ich bin ich auch ziemlich europäisch weiß einfach in der einfach drin bleiben nein doch alle drin bleiben da wirst du nicht braun sehr gut gut nein ich muss zugeben bei mir ist es so ich bin ziemlich kaukasisch aber nicht so weiß dass man irgendwie sagen würde wisst ihr was ich meine also es hat sich jetzt egal was ich jetzt sagt es hat sich falsch an es gibt sehr weiße kaukasier sagen wir mal so so fertig also wir haben natürlich wieder werbung oben für ein paar münzen mal gucken was wir uns da holen können wir können scheinbar was erstellen gegen andere oder beitreten ich kann mir gut vorstellen dass diese ganzen spiele war das aber noch anfänglich ich dachte jetzt wirklich das wäre vielleicht ein spiel das irgendwie ich wollte gerade sagen dass das irgendwie in der pandemie entstanden ist damit man eben mit mit fremden leuten spielen kann das gute ist auch abspielen da denke ich das ist ein video ich hoffe man nicht was denn das hier das geschäft aber natürlich gibt es ein geschäft 1500 münzen für zwei euro aber ein super gutes angebot ist guck mal hier 12.000 für 12 wow da muss man einfach zuschlagen weil da ist ein thumbs up dran oder 60.000 münzen kommt wie das überquill das sind bestimmt 60.000 münzen für 50 euro nur also für 50 euro da kannst du dir dann entweder in einen switch spiel holen ich muss auch für nintendo fertig zu machen okay wir spielen einfach mal und schließen parkour mit so wenig schlägen wie möglich ab klar und wir haben da einige leute mit dem wir spielen das ist ja supi so was mag ich weil du musst mit denen ich interagieren du spielst aber mit anderen gehen ich dachte ich muss schlagen aber okay wir gehen mal wenn man muss ich erst mal muss bevor ich gehe muss ich rausfinden wie okay 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 das war das war das war dämlich wo ist das loch ich war neben dem loch ich idiot als es mir ein bisschen zu aber es hat jedes spiel am anfang aber trotzdem ist mir das ein bisschen zu gerade hektisch alle kleine hüte das ist aber doch irgendwie abgeguckt von einem anderen spiel oder wir probieren mal hier über das ding jetzt fast über die brücke geschafft aber ich dachte das wären wieder dass ich das wäre so ein bisschen ein bisschen ein spiel wo man entspannen kann guck mal wer noch vier sekunden ein bisschen heftig so wenig schläge wie möglich ja überhaupt mal was schaffen was das denn okay wenn ihr ein wenn ihr ein stressiges wenn ihr ein stressiges mini golf spiel haben wollt habt ihr schon mal hier was gesehen ne und nein war monkey im weg kann man kann man im weg sein mit anderen auch komm 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 so typisch noch zwei sekunden okay ich hätte nicht erwartet dass wir das spiel bekommen vierter wenigstens haben wir nicht so schlecht wie monkey noch mal abspielen das ist eigentlich noch mal noch mal flora das sind das ist wieder so typisch ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist jedes spiel auf schnelligkeit und tik tok mäßig zu machen ich sag ja nicht dass ich nicht auch mag ne release to strike scroll to zoom ja wir haben gar keine zeit zum zoom oder angucken oder licht oder so was seid ihr bescheuert so und jetzt versuchen wir mal hier ok das war jetzt nicht so war aber auch nicht scheiße tada striche 3 weil heutzutage ist alles so auf schnell 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 es fing mit wein ja damals schon an aber wein hat wenigstens noch so sketch mäßig was tik toks sind ja sogar das im im tanzen abgebrochen wird weil sie denken ja okay warte mal das war jetzt über fünf sekunden so lange werden leute bestimmt nicht durchhalten das finde ich auch irgendwie nicht so gut diese entwicklung ganz einfach okay das war mega nice es funktioniert gut und ich bin auch mit zwei strichen durch also da werde ich ja mal sowas von erster nein nächste mache ich dann scheiße haha iron pineapple ist runtergefallen lululul ihr habt alle nicht geschafft sind wir nur zu dritt aber die anderen sind alle weggegangen warum denn war ich zu gut die hatten zu viel weise zu viel angst vor mir waren so beeindruckt von meinem können warum will ich unbedingt diese brücke aus prinzip ok warte wieso kriege ich die brücke nicht deine mutter warte wir schaffen das nope the wrath of secrets wie oft wollen wir hier noch das gleiche hinterher holen täglich grüßt das murmeltier oder was deine oh mein gott zehn striche die anderen müssen es überhaupt schaffen mal ne warten auf gegner die haben wirklich danach nur noch zehn sekunden zeit finde ich aber eigentlich gar nicht so schlimm es gibt brettspiele so party spiele wo du auch wurde auch da nur noch ein paar zeit das war aber knapp mit 16 erster hat aber auch nur zwei gegner trotzdem erster knapp aber brauchte ich wirklich so viel mehr aber ich ins wasser gefallen bin wahrscheinlich ne ähm jo also ist äh es gibt auch immer party spiele wo wenn du fertig bist dann machst du ein time für alle anderen und das finde ich eigentlich eine sehr gute idee ähm party spiele wo jeder eine minute bekommt funktioniert manchmal kommt auf das rätsel drauf an oder auf das auf das spiel aber ich finde es besser also zum beispiel sowas wie wo du sachen erraten musst dann kriegt jeder zwei minuten oder so klar klar aber so puzzle spiele finde ich eigentlich ganz gut weil einer wird es auf jeden fall schaffen und die anderen haben dann noch zeit für ein paar sekunden äh das bringt stress aber nicht frust und das finde ich ganz gut und hier es kommt halt darauf an mit wem du spielst jetzt zu dritt war das viel lustiger weil man nicht sofort diese zehn sekunden angezeigt bekommen hat weil irgendjemand es so gut kann äh joa was können wir mit dem geld überhaupt machen anpassen vielleicht ah ja wir können anpassen wir haben aber erst 135 kosten alle viel mehr ich will einfach nichts ich finde die mütze sieht so nach trump aus ähm also mein fazit ihr könnt die ganze zeit spielen es macht spaß es ist nur für 0,22 ist es gut ähm es ist so ein bisschen aber aber what the fuck der wow so viele münzen für einfach nur unterschiedliche flugbahn oder was äh wir wollen noch mal wir werden wir kotz grün machen warte azur so ein bisschen weiße sooo sieht aber alles ekelhaft aus finde ich warte wir sind wir machen komet raus oder so ne warte wir machen weiß und der weg start wird rot und die spur ende wird gelb so dass es wie feuer ist oder kostet nicht mal was viel schöner ähm wir können erstellen wahrscheinlich gibt es dafür wollen wir mal gucken wir können die region auch ändern modus klassisch es gibt nichts anderes bots machen wir an löcher drei ebenen oh course hole oh so viele holes äh weil eben hatten wir zufällig nochmal wir machen trotzdem zufällig ähm nur spiele mit der neuesten version können beitreten dann gucken wir mal bei bots habe ich ja eingeschaltet das heißt wir fangen einfach mal an scheiß kommt auch kein bot vielleicht wird jetzt alles voll gefüllt mit bot ja acid queen oh tornado maker pink sea night magnet friday fox wiii oh das ist ja viel besser pro tipp oh das war schlecht das hätten wir mit zwei schaffen können tantrums burn das waren mal viele löcher die es da schon gibt und die bots sind jetzt nicht mega gut oder so das heißt fühlt sich nicht super scheiße wiii oh egal ist okay wiii ja wenn man ein bisschen übung hat geht das bestimmt die steuerung ist leicht also wenn ihr und die bots alle boah kriegen die weniger zeit das ist aber fies warte kommen wir dazwischen oh guck mal boah war das gut wir sind die besten spieler und wir haben unser feuerball am ende wow nein wartet wow das war zu viel wir schaffen das ähm macht nicht so viel spaß gerade bin ich aber es war richtig oder war genug okay wollen wir vielleicht anders machen joa äh fünf stunden später würde ich mal sagen ja 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 ich hab's geschafft ich hab's geschafft nein queen nein bitte nicht ich muss es doch noch schaffen oh queen 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 oh nein ich war drin und bin wieder raus oh wie am wochenende okay queen queen hat es auch noch geschafft aber trotzdem alle anderen kommen auf 25 ja ich hab grad noch so gewonnen boah queen das war aber wieso bist queen ganz unten dann war vorher schlecht ne boah ich hab nen hack gefunden so könnt ihr ganz leicht münzen finden einfach immer bots einschalten oder noch besser bots ausschalten was ist wenn wir bots ausschalten warte wir erstellen wir gamen das spiel wir machen bots aus warte bots aus wir machen ein loch und zufällig und dann fangen wir an sofort ohne zu suchen und dann haben wir richtig schön viel zeit und natürlich kriegen wir den dümmsten parcours ever ah zum glück haben wir sad shadow cancer ja richtig sad shadow cancer ah warte mal müssen wir volle pulle machen nein wow Leute so wie wie hat das da plötzlich was anderes gegeben wie soll man das schaffen ah zum glück also die physik habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden egal wie viel wir machen ähm ich wollte was ausprobieren liebe spiel ich komme da gar nicht hin okay nicht ganz sondern bisschen weniger damit wir oh das war aber eine gute idee warte probieren aber wenn es nur diese möglichkeit gibt ist das doch scheiße okay 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 ich habe verstanden wir müssen dagegen warte ich habe es schon verstanden keine sorge ich wollte es hole in one oder sowas aber wir müssen gegen diese dummen dinge dagegen ich habe es schon verstanden oh nein aus dem sand auch noch ne hä ja gut okay wieder volle kanne dann auf den untersten strich kennen wir auch vom wochenende und so nur 24 das muss unser gewinn sein wir haben gewonnen okay kriegen aber nur fünf Mist das spiel war cleverer als wir boah das war ein schreckliches Loch das hat er gesagt aber okay ähm das war wir gehen mal wieder raus trotzdem kann man so fünf machen und man kann alleine spielen und man kann hier so sein Schweif cool machen umsonst jo war gut eine werbung für 25 coins ist ziemlich schlecht würde ich mal sagen weil das günstigste war ja irgendwie 250 äh wir haben 230 wir könnten uns also was kaufen aber äh wer mich kennt weiß diese anpassung interessiert mich gar nicht ganz im gegenteil ich finde die eher hässlich die meisten da fand ich microsoft besser wo man sich selbst was malen kann ich will davon gar nichts haben alles ist hässlich das heißt wenn denn vielleicht hier ne es sieht aus ob er irgendwie durchfall hätte das oder so aber muss auch nicht sein machen wir den umsonst also ganz ehrlich ich muss niemals was ausgeben außerdem wer gibt dann 50 euro hierfür aus aber genug gemeckert äh es macht spaß und spielt mini golf ähm wollen wir noch ein anderes mini golf ausprobieren ne komm das ist das war in ordnung ich will jetzt positiv das beenden spielt das ist noch 0,22 aber mini golf club ja der name ist so ein bisschen viel spaß beim suchen aber äh macht spaß es gibt andere leute gegen die ihr antreten könnt man kann ein bisschen üben äh ich konnte jetzt nicht viel rummeckern und außerdem ist die region uns nach osten äh für euch alle an passen ne lasst uns alle nach osten gehen weil vielleicht ist es da besser wir können ja austauschen weißt du wir meckern alle über ähm die Flüchtlinge und sowas und die Einwanderer dann tauschen wir einfach aus wir nehmen alles was wir haben weil ganz ehrlich ich finde das wetter da viel besser dann gehen wir da irgendwie nach osten unten äh ne an den strand weißt du und dann tauschen wir einfach aus warum nicht dann meckern die leute bestimmt rum dass es irgendwie zu warm ist oder sowas ja ok ok irgendwas ist ja immer ne ähm wir machen einfach eine insel komm und dann gehen wir da drauf ah das ist ja japan ach gibt's wir brauchen eine neue welt es geht nicht anders einfach ach zu viel arbeit haus abreißen neue welt ähm apropos neue welt mini golf club gut ich weiß nicht was ich sagen soll ähm spiels tschüss ja tschüss 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 tschüss